Erstmal die Kaffeemaschine anmachen und auf den Justus warten. Wir werden jetzt ein bisschen Gitarren aufnehmen. Ist der Express dabei? Du kannst doch nicht in jeder Einstellung die Zunge rausstecken. Ich weiß auch nicht, ich will mal was verlegen. So, hier, das ist das Mikrofon, brauchst du noch Kabel? Hol mal Kabel. Ich brauch kein Kabel. Ein Kabel. Ich spiele ausschließlich telepathisch. Nimm den Scheiß doch mit nach Hause und schneid's das so wie du denkst. Ja, und dann geht das Geschrei wieder von deiner Seite los. Das stimmt nicht. Das ist ja immer, immer Theater. Ich wollte mich färbig machen, alle. Ich geh gar nicht mehr. Kennst du den typischen Kassebaum? Ja, wie geht der? Der hört was? Ja, okay. Das ist der typische Kassebaum, wie ein Musikhörer. Alles, wir wollen mich fertig machen. Ich seh nur noch Wellen. Das ist Sven. Nein, das ist... Das ist... Amateurhaft. Bodenlose Unverschämter. Bodenlose Unverschämter. Das ist Sven. Wie sowas willst du damit ausdrücken? Nicht, dass du nicht zufrieden bist. Ich bin immer zufrieden. Mit allem. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Viel zu weit vorne. Viel zu weit vorne. Da ist wieder die... Oh, ich hab Kotz. Ich hab Kotz. Ja, ey, jetzt war es doch. Das ist wirklich das allerletzte hier. Geil, das war gerade auf Kamera gemacht. Die ganze Zeit schon. Oh, Mann, oh, Mann. Ne, der fehlt mir. Der ist für mich der Auftakt für den... Für die Bridge. Kann ich arbeiten, wenn die Kamera an ist? Bitte notieren. Hannes kann ich arbeiten bei Rotlicht. Du wirst zufrieden haben. Dann sind wir eigentlich schon durch, ne? Ja. Sein Sven kommt auf die Idee und sagt, wir machen die Gitarre von oben nochmal neu. Ne, aber da... Mal gucken. Schlagzeug. 40, 25. Schwimmer. Mach doch mal den ersten... Also das... Wie der Bass dann später auch macht. Genau. Bied mal an. Ja. Oder so. Das ist ja viel Höhen. Die Frage ist halt, wie das drüben ankommt, ne? Das ist ein Präsent wie möglich. Ein bisschen Hinkanschlag. Das ist irgendwie versprechend. Können wir auf jeden Fall aufnehmen. Gut. So machen wir's. Welche willst du erst machen? Hier oben. Unten. Damit sie auch morgen noch kräftig zubeißen können. Ja. Mit, ne? Ja. Direct. Ist richtig. Klasse 14. Immer macht er das. Immer macht er das. Ja. Ich hab heute, ähm... Eine Zunge gefrühstückt. Schwepp kloppt! Ja. Ja. Nein, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht.